Musik Dieses Video wird präsentiert von Gamesplanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Sie haben sich in unadopter Weise vom Unfallort entfernt. Dies ist eine Straftat. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie demnächst eine Vorladung bekommen. Es war ja nicht schwer, Ihren Bus zu identifizieren. So. Äh, zum Glück habe ich von meinen Eltern eine neue Grafikkarte zu Weihnachten bekommen. Die AMD R7 265. Aber leider musste ich noch warten, bis mein PC aus der Reparatur ist. Ähm, ich hoffe, du hast keinen Laptop. Weil so eine Grafikkarte passt da nicht rein. Es gibt viele Leute, die kaufen sich eine neue Grafikkarte und fragen sich dann, warum passt das nicht in meinen Laptop? So. Ähm. Omsi 2 Flo. Ui, ui, du Verbrecher. So. Ich habe wirklich, ich habe damals auf das ältere DLC aus der Modellbahnmesse der WSW gekauft. Ich habe dann irgendwann mal Ernst Töllknapper angeschrieben, ob ich irgendwie mitmachen kann. Habe daraufhin das neue DLC bekommen, für das ich entwickeln wollte. Leute, Aufgaben kamen nie raus. War klar, dass von dir nie was rauskam. Der BUBF 408 15 08 15 37 57. So, jetzt habe ich auf meinen Moniker gespuckt. Ii. Der Bus-Fan. Ne, 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 ne. So. Konrad Adenauer. Nächste Haltestelle. Konrad Adenauer erlegt. So. Auch abgefrühstückt. Wir sind fast wieder pünktlich, ey. Fußwiese. Fußwiese. Bum, 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 bum. 50. Yay. Fahren wir 100. Hehe. So. Frohe Weihnachten, Buswiese. Schreibt Erik gerade. Entschuldigung, ich lese das hier nur so vor. Wahrscheinlich ist das viel zu laut. Referee 111. Moins. Guten Dach. Was kann ich für sie tun? Warum sage ich das eigentlich immer? Fußwiese. Rütte, 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 rü. So. Guten Dach. Oh, was läuft denn oben sich auf einmal so flüstig? Das ist voll ungewohnt. Ah, ich weiß jetzt warum. Ah, ich weiß warum, ich weiß warum, warum. Ich weiß, warum dieses Zeichen da die ganze Zeit leuchtet. Wartet mal gerade. Ähm. Ich muss mal gerade in Frapstein Aufnahme Dingens. Video Capture Hotkey. Enable. So. Äh, weil F12 ist hier der Kinderwagenschalter. Und deswegen war das die ganze Zeit so. So. Ähm. Referee macht ein Referat. Aua. Wie du dich bewegst in dem Outfit. Aua, Erik. Der hat wirklich weh getan. Aua. Das kannst du leider nicht bringen. Aua, Erik. So. Zehn. Ach du Scheiße. Nächste Haltestelle. Bürgerhaus Ost. Ich glaub die Brücke ist kaputt. So. Die unglaubliche Geschichte. This is a never ending story. Ja. My little love. My lovely little singing club. So. Bürgerhaus Ost. Okay. Warte mal. Ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen. Warte mal. Ob ich das hier während der Fahrt sogar schaffe. Das hier gerade. So. Ah. Geil. Ich rutsche. Ich rutsche. So. Warum schreiben eigentlich alle immer Twitch mit SCH? Ich verstehe das voll nicht. Hab ich das? Mist. Er findet das Bild jetzt leider nicht. Schade. So. Hab's schon fertig gemacht. Hahaha. Hier, 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 hier. Leute. Wir müssen mit den schlechten Witzen aufhören. Das ist eine gute Stelle. Forststraße. Forststraße hatten wir doch gerade. Wollt ihr das verstehen? Ah. Das war knapp. Ach, Forststraße gibt's nochmal. Okay. Nase juckt. Warum jucken eigentlich mal allen Let's Play an die Nasen? Immer beim Reden. Na gut. Das liegt wahrscheinlich daran, wenn man stundenlang labert. So. Links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. Ich hatte auch jetzt, mir ist das zuletzt mal aufgefallen. Ich hatte jetzt zuletzt eine Zeit, wo ich so in den Let's Plays mal so, ja, ne? Dann fahren wir jetzt mal da lang. Zwei Minuten Pause. Und mittlerweile laber ich wieder voll viel. Das ist voll komisch. Also, ich finde das voll komisch. So. Wartet mal gerade. Ich muss mal hier gerade. Kann ich das so machen? Ja. Das geht sogar. Dann kann ich zumindest... Warte mal. General. Da. Overlay. Drucken. Wo ist den Drucken? Da ist Drucken. Plup. 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 Jetzt ist nämlich das Overlay von Fraps weg. Das stört mich nämlich manchmal echt. So. So. Dränkel und sein Laptop. Der ist bestimmt Medion Notebook. Ja. So. Dö, 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 dö. Vossstraße und Vossstraße. Okay. Ja, keine Ahnung. So. Nächste Halterstelle. Schwedenstraße. Schwedenstraße. Schnell. So, 30. Pff. Hier ist ein Sprung. Hallo? Das muss ich aber allerdings bremsen. So. Ich muss mal mehr laden. Mehr laden in weniger Zeit. Oh, oh. Lidl, 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 Lidl. So. Was ist los? Einmal mit S und einmal mit scharfen S. Okay. Einmal mit V und einmal mit Vogelfrau oder was? So. Oh Gott. Was hat mein Gehirn eigentlich? Ich habe mich auch heute nicht schön gemacht. Ich habe wieder Facecam und habe mich nicht schön gemacht. Das ist ein Scheiß. So, jetzt geht es einigermaßen. So. SS ist in Deutschland verboten. Du bist in Deutschland verboten. Nee, Rieck. Scheidweg. Hat Scheidweg gesagt? So. Scheideweg. So. Oh Gott. So. Vorsichtig jetzt hier einführen. Äh, einfahren. So. Wegen Scheideweg. Egal. Scheideweg. Felix ist doch Mr. Universum. Hermann Schule. Zweckel. Oh. Das hier muss ich gar nicht halten. So. Erich fragt gerade Felix. Ja, Erich. Fick dich. Fick dich. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Willst du dich doch verarschen, oder? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch ganz kacke. Alter. Das ist doch eine Scheiße. So, jetzt habe ich mich, glaube ich... Ah, ich hätte gerade ausgemusst. Scheiße. Warte mal. Kann ich denn hier nicht jetzt hier links fahre? Kann ich denn hier einfach weiterfahren, ohne dass... Oh, Tatsache. Uh. 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 So. Ähm. So. What the fuck? Gladbeck Zweckel. Da wollen wir doch hin. Nö. Fick dich. So. Schreibt Erik. Erik hat es geschrieben. Beschwert euch bei Erik. Fick dich. Deutsch. 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 So. Bruninstraße. Keiner? Doch, einer will raus. Ach, Hals, Maul! So. Vor, er wäre ein Schwert, das immer in seine Beutel müsse. Hä? Verstehe ich nicht. 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 Nächste Halterstelle, Zweckelmarkt. Zweckelmarkt. Das klingt aber schon sehr nach Zweckel, da wo wir hin müssen. Das sind aber ganz schön lang die Linien hier in Gladbeck. Ey, meine Freste. Wir fahren in dieser Linie jetzt schon über eine Stunde. Ne, fast eine Stunde, Entschuldigung. Bremsen. So. Ich trinke gerade nochmal was. Dreh durch, wenn du Deutscher willst. Dreh durch. So. Ich bin nur eine Werbung, die sie anschreit. Scheiße. Ähm. Der Beutel in das Schwert, in der das Schwert kommt, heißt Scheide. Ach nee, wirklich. Hört Scheide gesagt. So. Ähm. So. Felix, wann machst du MSTS? Wenn ich wieder Zeit habe und irgendein Let's Play aufgehört hat. Und das dauert noch ein bisschen. Beziehungsweise, wenn ich anfange, sechs Videos am Tag hochzuladen. So. Okay. Sony Erics. Äh. Muss ich überhaupt abbiegen? Warum biege ich ab? Warum zur Hölle will ich abbiegen? Können wir mal bitte ein Nerf fahren? Nein. So. Gott. Ja, steig aus, du Pisswichser. Ah. Irgendwo ist aber mal gut hier. Raus. So. Wieso war an Heiligabend der Far Cry 4 so schnell vorbeigegangen? Vorbeibringen. Keine Ahnung. Vorbeigegangen. Ja, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ich musste unbedingt Far Cry 4 Content erstellen. Und deswegen. Tja. War halt so. Nächste Haltestelle. Ja, Mann, schuldig. Und außerdem war irgendwie keiner da. Und deswegen hätte ich auch noch irgendwo keinen Bock mehr. So. Übrigens, guck mal. Ich habe auch, ich habe, ich streame jetzt wieder mit Open Broadcast Software. Weil X-Split irgendwie nicht funktioniert momentan. Ich habe sogar wieder das Feature. So. Das muss ich mal wieder öfter benutzen. Range Mouth. Aber immer. 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 Ach, wir sind da. So. Warte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh Gott, bin ich fett. Äh, so. Ein Verrülpser. Aber immer. So. Ach, du Scheiße. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Komm, 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 komm. So. Ach, komm schon. Wie, 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 wie. Scheiße. Ah. Hi, Manfred. So. Er hat es verdient. Gibst du, er hat es verdient. So. Schreibt Felix jetzt unter julpice72at31lp.de. Jetzt macht ihr hier schon wieder Werbung. Ich glaube es ja nicht. Scheiße. So. Ich habe mich schon fast hier wieder verfahren. Ha, Lextron. Nö. Geil. Hashtag like Lextron. So. Oh, er will ein Ticket. Ein Ticket. Jetzt muss ich erstmal hier nochmal. Ach doch, ich habe noch was. So. Fahr die Strecke nicht zurück. Ja, hast du eigentlich recht. Hm. Warte mal. Breche ich jetzt tatsächlich mal den Fahrplan ab, weil wir möchten ja auch irgendwie da durchkommen. Was machen wir denn? 200. Was ist denn am nächsten an der 200, da? Die 253. Porten wir uns doch da mal hin. So. Dann machen wir das doch mal gerade hier. Dann ändern wir das doch mal. Äh, 23... Ne, 253. 23, 00. Route 01. So. Ach, hier habe ich doch schon mal eine Strecke angefangen mit der Airpods-Schlampe. So. Ist da jemand etwa ungeduldig? Ach, hier habe ich doch schon mal eine Strecke.